Ja, meine liebe Freunde, da bin ich wieder zurück und diesmal mit meinem allerneuesten Kunstwerk, das da heißt Post Scriptum. Ja, das habe ich gerade vergessen in meinem letzten Video. Es handelt sich hier um eine Petition. Eine Petition, das ist ein Hilfsmittel in einer gut funktionierenden Demokratie. Ja, das ist heute schwer zu erklären, weil Demokratie, das ist so ein aussterbendes Schwerl, weil die wollen ihr sagen, was sie wollen, was sie denken, was sie beweisen können. Das wollen die dann einfach nur ihren Mitmenschen um die Ohren hauen. Es ist doch viel besser, was da in Russland geht. Da sagt einer, wir machen das und das und alle müssen es machen. Oder in Nordkorea. Ja, in China, da funktioniert das ja wunderbar. Ich bin gern beim Chinesen und esse da immer gern mal was essen. Das ist ganz lustig. Aber, liebe Leute, jetzt muss ich euch was vorführen. Mir ging das so ein Lied um. Die ganzen letzten Monate, da ist doch ein Lied, das beschäftigt sich mit dem Vornamen von dieser ganz berühmten Frau, die so powerful, die so viel Macht hat. So viel Mord, Mord, Macht. Macht hat diese Frau. Die Macht, Macht. Macht. Denn ich habe ein paar Briefe bekommen. Ja, ich sage es jetzt nur unter uns. Ich habe ein paar Briefe bekommen von den Leuten, die die Frau rausgefeuert hat. Und die haben sogar sich bei dem Mark Bellinghaus bedankt. Ja, wirklich. Ja, das muss der Mark Bellinghaus auch im Gericht vorlesen. Ja, wisst ihr das denn nicht? Ja, natürlich. Am 17. April, da ist der Herr Bellinghaus am Landesgericht, am Landgericht in Münster und muss dafür seine Freiheit und sein Recht kämpfen. Denn er hat ja schließlich Kinderhaus geschrieben und auch angeboten. Und dann kam diese Karin Brees. Ja, die ist aus dem dirfsten Bayern, ist die. Die hat da ihre Ausbildung gemacht in so einem Kurnest. Ich weiß nicht, Hintertupfing oder irgendwas um die Ecken da. Da stinkt es immer so nach Kuhscheiße. Das ist so furchtbar. Ja, wir haben versucht zu googeln, aber wir finden da nichts über diese Frau. Doch, doch, doch. Wir haben ja doch was gefunden. Die hat, glaube ich, vier oder fünf kleine Röllchen mal gespielt als Schauspielerin. Ja, dann kam die auf die Idee, ich mache jetzt mal was in Dachau. Ich mache jetzt einfach mal ein Theaterstück über Holocaust, weil das Hitler-Holocaust und das, das zirkt ja immer. Da kann man immer schön die Leute, kann man schön auf, ja klar, das hat ja auch gezogen. Die hat dann zuletzt vor Kinderhaus hat sie dann ein Theaterstück über Prostitution gemacht. Ja, natürlich, das ist ja ganz naheliegend. Wenn man über Prostitution ein Theaterstück macht, da ist ja Kindesmissbrauch das ganz naheliegendste von der Welt. Weil alle, die mal missbraucht werden, die enden dann in der Prostitution. Das will uns diese Frau Karin Brees sagen. Aber hört's, Leute, das ist wirklich wahr. Der Bellinghaus hat der Karin Brees geschrieben. Die hat nämlich ein Blog. Die ist auch ein Bloggerin, so wie der Bellinghaus selbst. Sie ist ja auch Autorin. Und dann hat der Bellinghaus der Karin Brees über ihren Blog auf Blogger, hat er geschrieben und hat gesagt, bitte, liebe Frau Brees, was ist denn los? Wie können Sie mir denn mein Stück klauen? Bla, 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 bla. Und hat sie auch nicht beleidigt. Ausnahmsweise, nein. Also, er hat mir das geschworen. Er hat sie nicht beleidigt. Und dann hat die Karin Brees aber darauf nicht geantwortet. Und dann hat der Bellinghaus nach ein paar Monaten nochmal geschrieben, hat gesagt, was ist denn los? Jetzt gibt's ja ein Stück, das heißt Kinderhäuser. Das ist doch auf meinem Mist gewachsen. Was soll das? Wird ja jeder tun. Und dann, dann kam ein Brief von dem Anwalt von der Frau Karin Brees. Und die, die an der Anwalt hat geschrieben, lassen Sie die Frau Brees ganz in Ruhe. Wir dürfen nicht noch einmal dieser Frau schreiben, sonst verklagen wir sie. Und habe ich mir gedacht, ja, also, das geht doch gar nicht. Wenn die Frau Karin Brees wirklich dieses Stück sich selber ausgedacht hätte, dann hätte sie doch eigentlich einfach mal kurz antworten können, oder? Findet's ihr nicht? Naja, nun zurück zu unserer Petition, die der Herr Bellinghaus gemacht hat. Die heißt also MeToo-MeToo-Skandal im Theater der Stadt Münster. Generalintendantin Katharina Kostolmein, 50, ja, jetzt ist sie ja schon 51, unterstützt MeToo-Straftäter und Freund Ex-Vorgesetzten Günther Beelitz, 85 durch Kinderhaus von Marc Bellinghaus Plagiat Kinderhäuser von Karin Brees, ein Skandal jagt den nächsten und, 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 und. So, also, diese Petition hat der Ehemann von dieser Intendantin löschen lassen. Also sowas, stellt es euch vor, die hat das löschen lassen. Das ist doch wohl wirklich die Höhe. Und der Herr Bellinghaus, der ist jetzt am Verhandeln mit, äh, mit, 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 wie heißt es denn nochmal, diese Firma? Ach, ja, genau, Change.org. So wie der Obama damals, wir brauchen Change, Change, da hat das Change.org, das abgekupfert. Ja, in der Kunst, da kupfert jeder mal ab. Und Karin Brees, die hat sich dann gedacht, Mensch, das ist ja toll, dann brauche ich ja nicht in meinem KZ Theaterstücke aufführen gegen den Holocaust oder wegen des Holocaust oder wegen der Nazis oder gegen die Nazis oder wie auch immer. Ja, das passt ja ganz gut rein und dann mache ich mir wieder ein goldes Nieschen. Aber Frau Karin Brees hat einen großen Fehler gemacht. Sie hat ihre Wikipedia-Seite im Internet so zusammengestellt wie Facebook. Sie hat nur ein kleines, kleines Makel. Sie hat nämlich ihr Geburtsdatum vergessen, weil das geht nicht, Frau Brees. Wenn Sie das hören sollten, Sie müssen das schon sagen, wie alt Sie sind. Das geht doch nicht. Das fällt doch jedem auf, dass Sie da auch ein bisschen geschummelt haben. Aber ich sage, okay, lass mal unter den Tisch fallen, genau wie die Dankeskulptur für die Frau Kostolmein. Ja, wenn Sie nett sind, Frau Brees, und das endlich zugeben, dass Sie von dem Herrn Bellinghaus geklaut haben, dann kriegen Sie sogar auch so eine Dankeskulptur. Wie schaut das denn aus? Ist das ein Deal? Jetzt spiele ich Ihnen erstmal noch dieses wunderbare Lied vor. Bis zum nächsten Mal. Ja, das frage ich mich auch. Warum gehen alle im Gleichschritt? Das ist eigentlich noch die beste Stelle aus diesem Song von Steinwolke. Ja, mit dem jungen, mit dem wunderschönen, hübschen Til Schweiger und der anderen, die heißt es nochmal aus dem Manta-Manta-Film. Ja, ist ja auch egal. Ich wollte euch das nur sagen, dass der Bellinghaus, der hat es doch tatsächlich geschafft, 390 Stimmen gegen die Kostolmein zu sammeln, innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Monaten, aber der stand jeden Abend vor dem Theater. Und dann haben die einmal sein Poster einkassiert. Der hatte da so ein wunderbares, großes Poster selbst gemacht. Und dann haben die das einfach heute noch im Theater. Und der Bellinghaus hat da eine Anzeige gemacht wegen Diebstahls, weil die haben das ja selber zugeben, dass sie das Poster reingeholt haben als Beweismittel. Also, das sind ja Sachen, wir verstehen die anderen Schauspieler in diesem Kinderhäuser von Karin Brees überhaupt nicht. Es gab doch mal eine Solidarität unter Schauspielern. Was ist denn da los? Ich muss euch da mal zeigen, was dieser Fall mit dem anderen hier zu tun hat. Weil das ist nämlich diese grandiose Sache, die der Herr Bellinghaus sich da ausgedacht hat. Die Verleumdung des Appelles von Sandro Botticelli hat da nämlich sehr viel mit zu tun. Mit der eigenen Halbschwester Patricia B. Ja, das lassen wir jetzt mal einfach unter den Tisch fallen. Weil das Opfer ist nämlich Appelles, das ist der Herr Bellinghaus selbst. Und seine Mutter hier, die Maria S., die schaut rüber zu der nackten Wahrheit. Ja, und dann sind da noch andere Leute, die ganz bekannt sind in Münster, die machen da auch mit. Und das geht sogar so weit, dass der Herr Bellinghaus zum ersten Mal in seinem Leben einen echten Haftbefehl gekommen hat. Heilige Mutter Maria Gottes, fürchte uns dreimal, Vaterunser, dass wir das nicht bekommen. Ja, natürlich, der sollte in die Justizvollzugseinstein Bielefeld-Senne gehen. Und jetzt kommt der Klops, Leute. Das ist alles nur, weil er zu seinem Anwalt, dem Rechtsanwalt, der hockt nämlich auch im Rat der Stadt Münster, dem hat er gesagt, er wäre ein Judas und ein Blender und er wäre ein Monster. Findet ihr das, dass das so schlimm ist in unserer bürgerlichen, freien Bundesrepublik Deutschland, die eigentlich von Meinungsfreiheit, im Herrn Fall vom Bellinghaus, Künstlerfreiheit und daher eben auch noch ein Journalist ist, Pressefreiheit. Und dagegen ist der Bellinghaus natürlich vorgegangen, ist dann aber verurteilt worden und jetzt wartet er auf eine dritte Berufung. Das wäre dann schon die dritte, die wird er ganz mit links gewinnen. Weil dieser Herr Hagemann, der heißt mit Vornamen Philipp, Philipp Hagemann ist bei der SPD und der Herr Bellinghaus hat ganz genau von Anfang an gesagt, von wem der abstammt, wer sein Großvater, wer seine Großmutter ist und der Herr Hagemann hat trotzdem den Herrn Bellinghaus gemeinsam mit seinem Partner Florian Exner verarscht. Verarscht, verarscht und nochmal verarscht. Das ist, das ist jetzt auch Meinungsfreiheit, wenn Sie das verstehen. Aber Sie können gerne eine Anzeige an den Herrn Bellinghaus schreiben. Über 20 mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an, bis diese Sache mal geklärt ist. Aber Herr Hagemann ist, weil der den Herrn Bellinghaus so beschissen hat, schon aus seiner eigenen Roxler-Partei abgesetzt worden. Der war nämlich da der Erste und jetzt ist er irgendwo hinterferner liefen. Das ist die Wahrheit, ihr könnt das googeln. Ja, und das Blöde ist, dass der Herr Hagemann dem Herrn Bellinghaus gesagt hat, er soll einfach sagen, er würde sich umbringen, wenn er aus der Wohnung fliegen würde. Und der Herr Bellinghaus war so in Not, er hat es wirklich gemacht. Ja, und dann hat natürlich die Justiz Münster, der liebe Herr Ulrich, Sie wissen ja schon, der Oberste da vom Landgericht, der Schanti, der mit dem weißen Bart und mit dem traurigen Augen und dem schläfrigen Aussehen, der hat dann den Sack zugemacht und hat Herrn Bellinghaus in die LWL schicken lassen, zum Untersuchen. Tja, stellen Sie sich vor. Und dann musste der Herr Bellinghaus auch noch ins Gesundheitsamt Münster. Und es ist alles, alles normal, verwunderbar befunden worden. Es war sogar sein lieber Herr Nachbar, der Freund seiner Mutter, der Herr Walter, der Herbert Walter, der war dabei. Ja, war Zeuge. Der kann das jederzeit bezeugen, dass der Herr Bellinghaus offiziell auch nicht verrückt ist. Nur, falls jetzt jemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, der ist ja komplett total bekloppt, dieser irre Schauspieler. Ja, so sind Menschen, Leute. Das war heute mein Post-Skriptum. Pfiat die, macht's gut und denkt's dran. 390 Leute aus Münster wollen, dass diese Frau endlich geht. Pfiat die.